Knopf hier, und dann können Sie mal das Rest gehen. Soll ich wirklich? Okay, nun gut, dann machen wir halt. Liebe Zuschauer, bevor wir hier weitermachen, ich traue jetzt mal einen Schluck Wasser. Also, Charlie, ich glaube, ich bin da jetzt ernsthaft böse. Jetzt habe ich hier nur noch den Hinkel. Schlimmer wird es jetzt nimmer. Was ist denn mit dem roten? Musik, Musik!